2016 wird das jahr des drachen vier drachen und der metal war nur ein vorläufer von vier drachen nun kommt vier drachen zurück besserer schnitt bessere effekte und wie ich hoffe bessere witze viel spaß bei der ersten folge schnitt 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 Alles außer mittelmäßig, hm? Ja, Prübim ist schon geil. Oh, haus. Monat ein neues Spiel. Was steht bei dir eigentlich heute noch so an, Dachengames? Wie oft noch? Ich heiß nicht mehr Dachengames, ich heiß Dachengames mittlerweile. Hey, du lernst doch endlich mal. Es ist mir zu lang. Davon abgesehen, du machst immer noch dasselbe wie damals, dass du Dachengames LP geheißen hast. Und warum sollte ich mir jetzt einen neuen Namen angewöhnen? Das Kürzel passt doch. Ich geb's auf. Also? Was also? Meine Fresse. Was du heute noch geplant hast. Loll, sag's doch gleich. Ich denke, ich nehme heute noch ein paar LPs auf. Und, ja. Ein paar Ränder in dem Moment haben noch. Was machst du heute noch? Keine Ahnung. Ich sollte auch mal wieder in den Drachenlord drehen. Ich glaub, soweit ich weiß, schreien die ganzen Fenster nach. Hey, cool. Doro. Stimmt. Was ist daraus eigentlich geworden? Da kam ja ewig nichts mehr. Klar. Er war ja auch damit beschäftigt, mich in die Luft zu jagen. Ah. Wo wir schon dabei sind, untersteh dich. Dann eben nicht. Wo ist eigentlich dein Stab hingekommen? Ähm. Na ja. Den hab ich hier. Der ist mit Nummer weiß allerdings abgefackelt. Äh. Bei meinem letzten Zauber. Ha. Du bist echt überflüssig, ey. Meine Fresse, ey. Könnt ihr beide euch nicht benehmen? Kann doch echt nicht wahr sein, ey. Müsst ihr immer streiten. Vergiss es. Als ich die beiden erschaffen habe, hab ich einen Fehler gemacht. Deswegen streiten die beiden auch dauernd. Oh fuck. Ich dachte du wärst, du musst arbeiten. Da komm ich gerade her, wie man es sieht. Aber mal im Ernst. Das ist kein Grund, hier faul rumzulungern, ihr drei faulen Zecke. Das kann ja wohl nichts sein. Ich mein ernsthaft. Was genau glaubt ihr, dass ihr hier tut? DB, wo bleibt dein neues Video? Du hast seit Monaten nichts Neues gebracht. Sorry Boss, ich mach mich direkt an die Arbeit. Vergiss es, Alter. Ich muss jetzt an meinen LPs weitermachen. Ha. Ihr seid echt unfähig. Ach ja? Was ist eigentlich mit dir? Du warst ja letzte Woche auch nicht sonderlich aktiv, mein Lieber. Äh. Nun. Fuck. Wofür bezahle ich euch drei eigentlich? Du bezahlst mich doch gar nicht. Tja. Jetzt wisst ihr auch warum. Nei. Was meint Rainer mit einem Fehler? Und warum geht es einfach so weiter ohne eine Erklärung, ohne ein Wenn in deinem Abend? Werden die drei in die Gänge kommen? Und wird Rainer sie auch jemals bezahlen? Werden die Videos von Drachenbarde mal weitergehen? Und was ist eigentlich mit dem Joker passiert? Oder wird er durch Drachenheadbanger ersetzt? So viele Fragen und so wenige Antworten. Freut euch auf die Staffel. Bald geht's weiter. Ja. Bis zum nächsten Mal.